Wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa. Wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa. Aloha meine Lieben und willkommen zur Folge 51 von Watchdogs im wunderwundervollen Chicago, präsentiert von Selin, a.k.a. Queen Nordidala. Und wir sind jetzt hier mitten in einer wundervollen Klassentreffen-Veranstaltung. Und ich treffe alte Freunde wieder und wir haben da so ein komisches Spiel, dass wir uns gegenseitig abschießen, wenn wir uns sehen. Das ist aber natürlich alles nicht echt, ja, müsst ihr euch keine Sorgen machen, die stehen danach wieder auf. Und, ähm... Scheiße. Wieso kann der nicht wechseln? Halleluja. Ja, Timmy, ist alles okay, siehste? Der hat mir ein Zeichen gegeben, wenn er Geld fallen lässt, ist alles in Ordnung. Und er hat Geld fallen lassen, so. Also ist alles mit ihm in Ordnung. Das war jetzt aber gerade hier mal... Ist ja mal gar nicht so super gelaufen, oder? Motherfuck. Ich brauche, ähm... Blackout... Oh, ja... Auch nicht so doof. Tja, machen wir mal auf die Schnellwahl-Taste... Runter. So, jetzt brauchen wir unser Scharfschützengewehr, um ihn auszuschalten. So, dann, ähm... Wann trigger ich denn nochmal den Hubschrauber? Geh mal runter ein. Der müsste doch jetzt gleich getriggert werden, oder? Or not. Oh, okay. Hammer! Mit einem Ding! Wo, wo ist er? So, weiter geht's. Wo, wo, wo sind die denn jetzt alle? Ah, da. Was ist die Tür zu? Ah, okay. Ah, da bist du, du alter Sack. Du hast mich hier gerade erschossen. Eben, bitte. Wieso kann der... Wieso ist der Hubschrauber nicht kaputt? Hätte ich doch weiterschießen müssen? Das ist natürlich jetzt richtig scheiße, ne? Lass mal Tür zu. Bam, Tür wieder auf. Geil. Das hat mir jetzt gefallen. Geh runter. Wer schießt denn hier? Was, was hast du denn für den hektischen Tanz da? Scheiße. Oh Mann, das kann doch nicht wahr sein. Ey, willst du mich verarschen? Okay, ich kann da nicht drauf schießen. Egal, was ich mache. So, laufen wir, 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 laufen wir und runter. Wo ist denn unser Gegner? Ne, der ist oben. Wir laufen, wir laufen. Gehen wir einfach den gleichen Weg. Oh, scheiße. Mist. Na, man muss schau mal wo. Verdammte Scheiße. Na, ich kann nicht hochschießen. Ja, ist klar. Könnt ihr mir so einen Hubschrauber auch verkaufen dann am Ende? Das wird's ja, das wird's ja jetzt wohl gewesen sein mit dem Hubschrauber, oder? Mal nachladen. Oh, ach, das war eine Explosion. Das war dumm. Ich dachte, ich kann die Schallkasten noch mal haben. Boah, Wahnsinn, ey. Flucht erfolgreich, okay. Kämpfen sie sich... Ey, wer soll so schnell lesen? Irgendwas mit Dach und Weg frei kämpfen. Ich meine, okay, das sind schon relativ viele relevante Infos, aber... Habe ich das doch richtig gelesen? Was habe ich jetzt gehackt? Da ist der alte Sack. Ich verstehe Ihre Bedenken, Mr. Quinn, und ich hoffe, Sie verstehen unsere. Solange Sie dieses Video unter Verschluss halten, können wir Ihnen keinen vollen Zugang geben. Ich werde es warten jetzt erst mal ab. So viele Menschen versuchen, dich zu holen, including mich. Du bist mehr elusiver, als ich erwähnt. Was? Oh. Hm, kürzlich eine Rupi, ich habe im Herzen gehabt. Oh oh. Das ist schon ein bisschen eklig, ne? Dass wir das jetzt machen. Deine Worte ist schmerzend. Aber ich würde mich auf Ihren Erlangen. Jetzt. Jetzt. Ich kam hier für dich. Du denkst, dass die Blatt-Proof-Glässe mich aufhören würden? Wie ich da kauere im Hintergrund. Ja, es gibt auch mal ein letztes Mal. Das war das letzte Mal. Das letzte Mal war dein letztes Mal. Boah, das finde ich schon ein bisschen abweilig. Was? Fache, der Quint? Auf der Hände. Begele, was du willst. Das interessiert mir nicht. Du wirst gar nicht wissen, warum wir dich schattet. Das war ein Fehler. Was du willst, was du das alles wolltest. Was ist das, der da gerade die Ansprache gehalten hat? Hm. Es ist besser. Tja, mein Freund. Das liegt an der dreckigen Scheibe. So. Mach ich den jetzt wieder okay, oder? Ja, was ist denn jetzt passiert? Okay. Tja, wenn der Raum so sicher ist, wie kommt denn da jemand rein, um dich rauszuholen? Oh, da steht was mit Clara. Wieso kann ich da das nicht knacken? So. Laden Sie das Video herunter. Entkommen Sie aus dem Hotel. Okay. Oh, weia. Okay, meine Freunde, ihr habt es nicht anders gewollt. Die Chirurg hat die Verdenkung ihrer Medikamenteneinnahmen bestätigt. Unser Kurier wird ihnen so schnell wie möglich ihre Nitro-Pillen liefern. Oh. Ah. Okay. Ich habe keine Zeit mehr zum Lesen. Gut zu wissen. T-Bone. T-Bone. Es war Quinn nachher. Hä? Wieso ist das Ding jetzt aufgeladen? Häh? Video? Of what? You'll see. Ja, warte. Ich will erstmal hier Video und dieses Ding, Dingsbums. Das kriege ich nicht. Ätzend. Hier, hier steht was. Nee, doch nicht. Da. Häh. Ups, jetzt konnte ich leider nicht zu Ende hören. Ähm, es ging um Clara. Habt ihr das mitgekriegt? Wie komme ich denn da hin? Naja. Hammer! Hatte ich nur noch einen Schuss da drin? Ich glaube es nicht. Wie soll ich denn so schnell an den... Also ich meine, wie soll ich denn in neun Sekunden das Hotel verlassen? T-Bone. Was ist der Wunwitz? Das ist nicht der Wunwitz? Ich werde jetzt ein Video aufbauen. Ein Video? Of what? Du wirst es sehen. Der Wunwitz ist der Wunwitz. 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 Dämmel. Was ist denn jetzt reingelaufen? Nein! Oh Gott, ich bin so blöd! Hä? Okay, dann werde ich das jetzt nicht. Oh ja, bitte, bitte. Ich möchte das alles 20 mal hören. Wie soll ich denn hier rauskommen? Exit! Hammer! Das ist natürlich geil. Bin ich abgestürzt. Ich habe es nicht gesehen. Oh. Ah, Polizist. Ja, das habe ich jetzt nicht gecheckt. Das ist nicht schön. Scheiße. Bitte nicht, bitte nicht, bitte, bitte, bitte nicht. Ich brauche ein Auto. Ach nein, schau mal. Oh, wie anstrengend. Hier, warum steht hier kein Boot? Das wäre so schön. Ein Boot tut not. Hast du das hier schon wieder? Helikopter-Action? Scheiße, ich sehe es nicht. Verdammt. Ja, ich bin gut. Mist! 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 Darf ich schon wieder da oben in dem... Oh, nein! Als weiß ich wenigstens in welche Richtung ich muss. nicht wie so ein Vollpark. Sind das einfach nur mehrere Hubschrauber? Oder wie oft kann man... Oh nein, bitte nicht. Okay, das ist aber ein hartnäckiger Hubschrauber. Fuck nein, bitte. Oh Mann, ey, das kann doch nicht fahr sein! Nein! Ich möchte einfach nur das einmal komplett nachsynchronisieren und deswegen muss ich das jetzt übeln. Here we go again! Here we go again! Aiden. Wo ist das, der Hubschrauber? Scheiße. Scheiße. Nein, bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte um Gottes Willen nicht. Und hier. Wieder Action auf der Autobahn. La 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 la. Das mit dem Hubschrauber ist echt bitter, ey. Scheiße. Ich kann nicht fahren. Er fährt nicht. Scheiße. Ich wollte hochgucken und den Hubschrauber... Ahhhhhhhhhhhhhhhhhh. Oh Gott! Was ist das für ein Schrottenauto? Ich kann nicht... Oh nein. Bitte nicht. Scheiße. 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 Das kann alles nicht wahr sein, ne? Ich fahre, Leute, ich fahre. Es fährt nicht. Das Auto fährt nicht. Wo auch immer das jetzt hängen geblieben ist. Wahnsinn, ey, Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn. Ich habe auf Q gedrückt. Ich habe auf Q gedrückt und es macht einfach nichts. Okay, das Auto ist total im Arsch. Das ist so geil. Ich meine, neutralisieren, ich fahre da auch vor. Ich muss aber unter der L langfahren, damit der Hubschrauber mich nicht kriegt. Boah, ey. Okay. Ja, ihr könnt ruhig alle kaputt gehen. Was? Oh. Nein, ich muss unter der L her. Scheiße. Das ist natürlich sehr schlecht. Boah, wo bin ich denn jetzt? Geben alle an die Seite, bitte. Oh, schnell mal eben. Fahrzeuge wechseln, bevor mir das hier Ding wieder um die Ohren fliegt. Das fände ich nämlich sehr cool, muss ich sagen. Aiden? Bitte, 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 lass mich sie verlieren. Er hat mich jetzt nicht gesehen, oder? Nein! Oh, nein, nein, nein! Oh, Mann! Wahnsinn, ey. Geht an die Seite. Stop your vehicle now. Be advised, a patrol SUV has been dispatched after the suspect. This is the police. Pull over. Hey, Thomas, what are you doing? We're trying to keep him. Look out! Ja, ich muss ab und zu... Oh, nein. Die Autos wechseln, weil sonst... Ich meine, bei jedem Schuss von dem großkalibrigen... Wahnsinn, jetzt ist es aber ganz scheiße hier. Mann! Fuck, ey. Okay. Das war so richtig schlecht. Nein, mein Auto brennt. Mein Auto brennt. Einen steig raus. Nimm das Auto. Be advised, a patrol SUV has been sent to the suspect location. Okay, jetzt sind wir wenigstens wieder unter der L. Damn! Be advised, a patrol SUV has been dispatched after the suspect. Und jetzt wieder nicht. Ich kann euch überhaupt nicht sagen, wie sehr mich diese Scheiße nimmt. Ganz im Ernst. Ich wollt das wirklich nicht raus. Delt! Okay, jetzt bin ich ein Auto. Buh! Oh Gott! Wir haben uns alle detheencunden. Boah, ihr könnt mich mal gerne haben. Hört auf mich zu... Was ist das denn? Wieso kann ich diese Pumpe da nicht wegmachen? Komm, zum Ende vom Navy Pier. Ich brauche nur an das Ende vom Navy Pier. Nur an das Ende vom Navy Pier. Oh. Mein. Nein, erst mal. 17 Skillpunkte haben wir. Leck mich an die Füße. Wow. Die verballern wir jetzt erst mal. Ja, das machen wir. Akzeptieren. Was ist das? Erhöhnt die... Was ist das? Was soll das heißen? Annäherungs-USV ist ein improvisierter Sprengkörper, der detoniert, wenn er Bewegung registriert. Das gefällt mir auch. Jetzt haben wir nur noch 10. Machen wir das. Jetzt haben wir noch 7. Oh ja, ich brauche eine neue Batterie. Ja. Jetzt kann ich nichts mehr machen. Okay. So. Wer uns da anruft, was derjenige... Ich meine, wir haben schon kurz gesehen. Was... War es Damien? Was Damien uns zu sagen hat, das erfahren wir dann in Folge 52 von Watch Dogs. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen und hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dann. Aloha. Bis dann. Bis dann. Bis zum nächsten Mal.